Guten Tag und selbes, liebe Leute, willkommen jetzt wieder zurück zu Let's Platini Resort Part Online Lost Song im zweiten Stream. So, haben wir das Ganze gleich wieder an und dann hier, genau, fortfahren. Schauen wir gleich mal, weil, okay, das war schnell. Haben wir im letzten Mal ja überlegt gehabt, ob ich denn diese Festival-Dinger da machen muss. Ja, muss ich. Wusste aber auch irgendwie was, aber sicher war mir das auch nicht mehr. Weil, es gibt eine Trophy, gehen wir kurz auf nicht erhalten. Tachteratio. Äh, in dem Quest und so haben wir gehabt. Äh, meine Gruppe werde ich auch gleich umstellen, dazu aber gleich mehr. Äh. Ne, das sind die Kapitel. So, die Kapitel sind sie auch nicht. Ach, scheiße. Ne, Excalibur kommt am Schluss. Ja, das hier ist die Gruppe, die umswitchen werde, weil diese Yuki, also um den, äh, den OSS, den Original Sword Skill, na, auf Level 100 zu kriegen hier, braucht man hier insgesamt 2000 Magie-Punkte. Das heißt, also Asuna ist ja eh kein Act. Und Rain und Sumeragi auch eher weniger. Aber Yuki ist ja das Problem, weil die relativ low ist von den Magie-Punkte her. Ja, deswegen werde ich nachher die Gruppe hier umstellen und nehme gleich Yuki mit. Ähm, also gerade Yuki und Asuna. Da rede ich mit den beiden rum. So. Dass die schon mal off-levelt, vom Charakter selber her. Äh, das war es nicht. Wo waren das jetzt hier? Äh, nein. Mit Sumeragi. Da. Das ist sie. Kiri ist halt Schützenjäger. Na. Während dem hier. Das Ding ist das hier, die Trophy dann hier mit allen Mädels dann einmal auf das Schützenfest. Gehen. Und dann, äh, ja, haben wir das. Na, praktisch sind wir hier gerade hier. So. Leafa schmeißt sie dann raus. Da unten ist sie. Okay. Ja. Die da. Die hat, äh, 1033 Magie-Punkte. Und jetzt, das kann man ja vergleichen hier mit, äh, Asuna. 107 oder 148 hat die schon. Und ich glaube, die anderen haben wir noch gar nicht. Ne, haben wir nicht. Ne. Egal. All die ist die laueste, deswegen nehme ich die jetzt gleich mit hier. Und dann ist gut. Ich könnte natürlich auch alternativ, muss ich halt mal kurz gucken, wie wir den Quests hier. Äh, äh, ah, doch, da haben wir das immer noch. Ah. Die alten Dinger immer noch im Sandteil hier. Golem, Röchter auch. Hm. Ja, aber die sind Ruinen. Könnte schwierig werden hier. Das ist ja das von der neuen Gegend hier. Dann machen wir doch die da erstmal. Ich weiß nicht, ich habe da einen Nebenquestzähl, doch müsste er aber fast. Moin, Barsita geht ja auch, ne? Ja, schon mal guten Rutsch. Das weiß ich nur nicht. Ne, ach, ne, das machen wir dann anders. Ich habe gerade überlegt, ob ich die Sondertroppies hier. Dann muss ich so eine Quest abschließen. Soll ich bin nur mit Asna zusammen. Also Oldschool-Team. Ähm. Ja, ah ne, machen wir jetzt nicht. So, dann gehen wir noch Oswald gerade da hin. Jo. Ah, also. Äh. So, das müssen ja zum einen, ich glaube, die fliegenden Viecher hier sein. Das ist tiefes Wesen. Ne, die nicht. Okay. Dann waren das die nett. Äh. Die da, oder? Ach, ne, das ist der Drache. Ja. Das ist der Drache. Hm. Ja, blöd. Wo sind denn die jetzt alle? Äh. 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 Ist die da, oder was? Voll. Hä, 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 hä. Das hängt schon mal super an hier. Radius, brauchen wir die? Ach, ne. Äh. Die Windbom-Dinge war jetzt zwar nicht. Ich glaube, die waren jetzt auch, oder? Ich glaube, ich habe jetzt auch schon mal irgendwo gesehen, wo waren denn die? Irgendwo habe ich doch mal die Grave-Fuzzis da gesehen. Hm. Ach, scheiße. Da hinten, oder what? Äh. Oh ja, die Frage, wo sind die anderen Viecher dann sind. Das ist der Schmute aus dem Westen. Hm. Hier ist jetzt mal spontan, aber überall nix. Voll. Da ist die Grave. Dann nehmen wir doch den. Da ist der Schmute. Okay, passt. Naja, danach geht es ja weiter mit Stefan. In Dark Alliance, vermutlich haben wir diese gleich 4er Korb-Tropie, dass die weg ist. Komm ich jetzt da immer noch rein oder ist da jetzt zu? Doch passt. Wächter war einer hier drinnen. Tendenziell. Irgendwo? Da. Die müssen das sein, glaube ich. Polem-9 von 10? Ne. Ah, die sieht als gute Mordis aus. Ah, Yuki Level 5. So. Service Fish. Na? Wie heißen die denn? Da ist doch Wächter. Ah, Bogenfütze. Wurscht. Zumрахào. Wurscht. Kannst du diese Fahrer in? empirisch? themsek? Werden Sie in hier elfarten? Sielive wie zuauf WheelsPress. bis 11 ok ja gut auch bis 11 ist auch absehbar ne das ist ja noch ok sage ich jetzt mal bei uns auch morgen alle ich glaube bis 13 uhr war es wenn sie auch vor jahren überall hier ich glaube ich sage mal unterrichtung mit 1 höher irgendwo war hinter der normalen umschütze zählt ja anscheinend nicht hier geht es raus ach kacke im leben net ne 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 muss ja das war mit der story durch und dann riem und dann fängt starsthock sind richtig an mit dem grind halt und der dauert auch noch ein bisschen na so schnell geht das hier leider net und 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 also das mal golem wieder Ah, den haben wir. Nein, doch recht soll ich heißen. Was erzählen die nicht? Irgendwo habe ich die Augen geklatscht. Gut, da fährt auch noch einer, der Hof ist im Himmel im Norden. Na doch, 14 und 15, vorher muss ich gleich noch auf Resworn warten. Na, das sind keine mehr. Bezüglich hat das nicht lange. Na ja, und alle Waffenswertigkeiten hochpushen ist doch auch nicht. Oder geht auch nicht so schnell, sag ich jetzt mal, doch auch eine Weile. Ne. Ist da noch irgendwas? Ne. Hm. So, dann muss ich jetzt eigentlich einer ausreichen hier. Toll. Ja. So, die Leute besiege ich es ja schön. Reicht. Gehen wir raus. Äh, links. So, dann draußen noch einen Greif wieder umklatschen. Die müssen auch wieder da sein. Au. Ne, da auch fertig. Da können wir noch ein paar mehr Missionen annehmen für die neue Insel. Neue Questgebiet. Die Eislandschaft da. Oh. Na ja. So. Die haben wir auch. Wo waren jetzt die anderen? Na gut, nein. Skorpion soll nicht das Problem sein. Himmel im Norden. Okay. Dann kommt das hoch. So. 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 Das ist ja alles blöd. Naja, jetzt kriegst du ja noch einen Fianumhorn, da unten würde ich noch einen Skorpion mit. Ach. Weg. So. Himmel im Norden. Oh, das ist ja nicht, oder? So, irgendwie gleich Hau sitzt der Ne Apophobus Hmm Non-zero Non-zero Hm. Gut, weiter nördlicher geht es nicht. Äh. Was ist denn das die? Nö. Na, Muri. Ah, doch. Passt. Dann sind es doch die. Alles klar. Ab zur Stadt. Äh. Ja. So, geben wir die Quelles ab. Nehmen wir noch ein paar neue an hier. Scheiße. Was ist neuer Gebiet? Von der Abflug dahin ja. Mal gucken, was wir da drin kriegen hier bis 10. Dann wieder geradsfalls umswitchen, weil ab 10 haben wir anscheinend eine 4er Gruppe. für Dark Alliance. Äh. Vielleicht dann die Trope ja auch noch hinkriegen, ja. Abschließen. So. Ja. Was ist Hilde? Ne. Ne. Ah, das sind die Wächter Bogenschützen. Okay. Ja, gut. Wurscht. Ne, machen wir die beiden? Ja, komm. Upp. Ja, Schosser, die beiden. Brauchst du nochmal kurz rum. Im Einstieg hier. Ja. 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 Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin. Ich muss da unnötig sein, ich muss da unnötig sein. Oh, mach was anders. Meine Liebeskeit verarscht. Ja, eine Halbein ist schon weg, das war's doch. Ah, ein Doppel-Ding schon 210, bei 300 muss ich switchen auf eine andere Waffe. Ja, komm, geht da hin. Danke. So, mach den einen auch noch kurz. Die sind eigentlich alle schon weg, oder? Mach den anderen auch noch gleich. Okay. So, wieder einen Ring mehr. Den leider erst weiter aus der, glaub ich. War den da. Upp. So, einmal noch den Steinklotz. Dann, Floppy. Toi. Ah, welches wieder, wie vorher. Äh. Äh. Ah, da holt's schon ein Stück länger, ja. Da. Gut, einen beiden Weg. Oh, finale Revolution 180 auch schon. Huhn. Aber ich will die Halskette. Na, war klar. Halsweilaußen. Gut, gegen später werde ich eh immer nur, äh, wenn es geht, immer nur eine Halskette ausklatschen. Dann habe ich auch noch nicht recht schreien. Zum Grinden. Ich hoffe, ich verpasste nicht, dass da noch ganz doppelt gegen 300 dran steht. Ich meine, es war über 300, also es war glaube ich 300, reicht. Keine Fähigkeiten, mehr gibt es ja nicht. Ich habe schon noch eine Halskette ausklatschen. Das war's für den NDR, der ich verletzte. Die NDR, die NDR, die sich nicht verletzten. Das ist alles, was ich verletzte. Das ist alles, was ich vermisse. Uff. Das ist alles, was ich verletzte. Ich finde es lieb. Das ist alles, was ich verletzte. Das ist alles, was ich verletzte. Ja, das war's. oh shit naja und er gab mir drei Stunden ja ich glaube rund zwölf Maximum oder so wie kann es grad ne ich glaube zehn oder zwölf ah der hat halt scheiße aus mit dem er ist ja ganz gut eigentlich zu leveln, außer ich finde die Schwertskills so so na also wir müssen ah ne nicht status hm okay ach da habe ich die Angriffs-Kälte schon drin ja dann die da ab ja plus 20 naja komm ja Budget ähm dann noch hier auch von Yuki halt ja original ne egal ab jetzt neue Gebiet bisschen story hier wieder so so wieder wie beim letzten Mal auch da dann muss ich aha oh Oh, oh, oh. Oh, Tomata. Oh, da bin ich jetzt 30 damit runter. Das merkst du wieder. Mach nichts. Na. Wo ich die überhaupt? Kremlin Impusa-Spartoy-Doppelgänger. Oh, was weiß. Ich habe einen Schaden aus dir. Ich habe einen Schaden aus dir. Ich habe einen Schaden aus dir. Ich hatte einen Schaden aus dir. Aber auch habe ich einen Schaden aus denen mit mir. Ich habe einen Schaden aus dir. Wohl da zu mir leveln, gar nicht so verkehrt eigentlich. Nein, nein. Ich muss eher... eher die Richtung. Ich brauche hier aber alle nicht. Hm. Hm. Ähm. Ähm. Joach. Gehen wir uns da lang. Was? Und die? Ah, das sind Doppelgänger. Okay. Dann war ich. Hm. Ja, geil. Das ist mein Sackgasse. Ja. Ja. Ich brauche hier aus. Mal da. Ich brauche hier aus. Ja. Ich brauche hier. und ich brauche hier aus. Ja, ich brauche hier aus. Ich brauche hier aus. Ich brauche hier aus. Das war's für heute. Äh, da hole ich an. Huh? Oh, ich bin da ja. Mein Gott, der schubst. Hm, das ist eine 140, Doppeltegen zu 25. Das ist doch schön. Das ist doch schön. Das ist doch schön. Das ist doch schön. Glückwunsch! Wow. Tausiert. Wow. Noch nicht so viel. Das ist doch schön. 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 Oh. 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 Oh, ich habe noch ein paar Worte, ich habe noch ein paar Worte. Neko Fiore? Der nervt. Sehr schön. Schön reingecharged. Nur unseren Stein. Toll. Ich habe ihn mit dem Weg geholfen. Ich habe ihn mit dem Weg geholfen. Ich habe ihn mit dem Weg geholfen. Schatzrausschüsse, siehst du ja. Nice. Wat ein scheiß Dungeon. Gehen wir raus aus der Putze hier. Der lief ja. Ah, dann sind wir wieder zurück. Ah. Die Rain. So, Spärchen. Na, hast du mal dein Partyhülchen noch mal neu justiert? Deine Stromkarte. Hä, 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 hä. Äh, pfff. Ne. Aber ich könnte eigentlich identifizieren lassen, mal den Schmann, ja? Äh, hä, hä. Äh, hä. Äh, hä. Äh, hä. nicht so laut was heißt uns nichts ob ich das schon da ein muss nein Hmm. Hmm. War das gerade irgendetwas wie dem USS? Wieso hast du es dann gelassen? Salos-Schlüssel. Alle klar. Wahrscheinlich die Leer. Ja. Jetzt sind wir wieder die. Ich glaube, die brauchen wir auch noch ein paar. Achso, ja. Gut, es ist normal. Das würde ich ja bei mir genauso gesehen. Na ja. Manchmal ist eigentlich geweichte Wurmen drin, aber wir sind dann irgendwann nochmal. Und da kommst du instant gefühlt durch. Na ja. 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 aber wie sie die kreml ist okay er lebt doch noch mal etwas los und so sachen das mal zu täglich aufwachtungsstraße ja ja da auch ja 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 ein kisten spawner guck mal ja sind ja meine mädel sind schon wieder hin wir stehen wieder shoppen ah da sind sie ja tempo ab ist immer gut na 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 es ist gut kohle ja sonst tausend gar nicht mehr 15.000 hau guck der da verhielt mit seinem hammer her ein katana durch mechanismus versperrt auch dahinten ist Ja, die vier sind in der Abschneid im Nervigsten, ist ja Wahnsinn. Dieses Rumgeeyere hier immer. Na ja, scheiß drauf. Das ist ja Wahnsinn. Das war's für heute. Triple kill. Was ist für einer? Hol'em? Hol'em? Oh wieso? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Oh, hier ist er, wenn er wir einen Grind, da ist die Allianz grind. Hier ist den Grind, die Allianz sehen. Okay, Lara Kleinzer Schwindere jetzt hier, aber hier sind wir zwei Story. Passt. Nee, jetzt nimmer. Nimm jetzt nicht das Fliegevieh. So. Was ist denn da dann los? Boah, es ist immer gut. Ich finde immer noch die Warnwelt irgendwie so klasse. Da vorne ist ein Boss, haben wir kämpfen? Da, nein. Einen ist echt. Etwas. Oh. 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 Oh nice. Gute Auswahl. Kann man nix sagen. Guthaben Geschenke ist auf die Frau. Ja. Ja. Da bist du ja da, ne? Nicht, dass es schlecht wird. Die Guthabenkarte, ne? Ja gerne. Das ist ja so gesehen, Weihnachtsgeschenke, ne? Ja. Oh, selbst wenn das nächste Giveaway geht, dann auch ein Ostern auswähler wäre, ne? Dann mach ich's genauso. Dass keiner nix, äh, null ausgeht. Gut. Bei der Xbox noch bleibt da nichts anderes übrig, wie, äh, wie Guthabenkarten. Na. Ich hab jetzt noch nicht keine Xbox-Spiele. Ja. Okay, schon nicht ganz. Xbox 360 hätte ich noch. Ein paar Spiele. Ja, doch muss man abwarten, Mutti, ne? Wenn das zu lange liegt, ne? Lieg du mal die ganze Zeit. Haha. Ja. Ja, doch muss man abwarten, Mutti, ne? Erstmal der Kreislauf zusammen, dann wird's doch schlecht. Na. So. Haha. Ja, gerne, Mutti. Na, mir hat's nämlich keine Ruhe gelassen. Wo ich das hab, hm. Ich hab mittlerweile hier eine Stamm-Xbox drin, auf jeden Fall ja da. Pippi ist auch ab und zu da. Ja. Hm. Da muss auch noch irgendwas her. Haha. Ja. Ich mein, die sonstiger Rom wird weniger. Ah. Ja. Ja. Wajner, wir können den Schuhen machen. Ja. Ja. Scha, scha. Ja. 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 Ich bin da jetzt. Ja. 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 Oh, Bärchen. Das geht ja runter wie Butter. Ne, kein Bock auf diese Fliegescheiße. Links und da. Was haben wir jetzt da nicht? Doppelgänger, nur einer. Okay. Da haben wir einen Krieger. Nee, die Trophäen, die hier verdient werden. Über meinen Bot. Ist das. Die kannst du ja schlussendlich dann eintauschen gegen Tickets. Also ich sag mal gegen Lose. Und dann gerade bei den Giveaways. Die gerade eben ja genannt dann. Äh. Na. Also dann ist auch hier die Spiele, die ich auf Disc hab. Zum Beispiel zu gewinnen. Weil die verschenke ich ja alle. Immer. So. Ja, stimmt. Und das ist ein T-Shirt. Ja. 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 auch die trofänen hier in einer ausrufe seine punkte eintippt hat ja nichts mit den twitch kanal trofänen zu tun also die kanalpunkte weil die da auch wieder nur über twitch da habe ich ja kein zugriff drauf die sehe ich auch nicht wer was hat ja ja die anderen die sehe ich weil die laufen hier über mein bord und die dann eingelöst für tickets für lose zum spiele gewinnen zum beispiel ja wohl das rain ist alle bei Fast. Ah. Und? Danke. So. Äh. Okay. Neues Kapitel. Ich glaube es sind noch vier oder fünf Kapitel. Also theoretisch wäre es durch. Also wenn wir es nicht Dingensbums gemacht hätten. Ja. Ihr sagt allein es heute wieder. Dann wären wir auf jeden Fall durch. Sorry. Aber gut. Wurscht. Ja beim nächsten Mal. Ja der Warwick ist auch neu. Ja. Kamen wir aus letztens bei Avengers. Wieder zu. Ich glaube es war sogar beim letzten Avengers. Letzt oder vorletztens. Hey geh 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 geh. Ja der Warwick. Nein. Das sehe ich sogar noch. Das sehe ich ja noch. Gestern. Gestern war es. Oh, da liegt ja fast bei die Mutti-Konkurrenz hier. Ja, das sagen komischweise die meisten. Nice. Na ja, war ja das, ne? Man muss hier nicht immer live dabei sein. Freut sich zwar umso mehr, aber ist ja keine Pflichtveranstaltung hier. Obwohl, für manche schon. Oh, da liegt ja. Gehen wir doch Na klar, dass er wieder ganz zurücklaufen muss. Ja, was hat Mutti? Übermorgen hat er dich. Das wär's, Alter. Das ist nicht so, was will ich denn hier machen? Na ja, machen wir auf jeden Fall schon mal das da. Hm. Ah. Wir haben alle großen Monster. Ratatoskr. Oh ne, der da wieder. Aber das ist ja jetzt hier eigentlich ein Spoiler, dass es genau weiß, wie ein Gegner als nächstes kommt. Das ist auch so lecker. Hm. Hä? Was muss ich denn hier drin jetzt machen? Hä? Ah. Ja, der hat uns nicht viel cooler als ich. Ne, wo ich da ja will ich nicht. Hm. Hm. Na. Skill Level 200. Das muss auch 400 hoch. Ach. Mir ist doch hier gar nicht... ... ... ... ... ... Oh, 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 oh. größte teil einer quest ist kurz vor schluss da zurecht ich bitte irgendwas anderes machen oder so ja die machen weg dass du nur das später nachkommen ich habe da keine ahnung weil das machen muss ja egal ich darf immer kurz ab und dann halt ja guck mal ob ich das da rauskriege was ich da zu tun ab verplanen doch gleich wieder da so Vielen Dank. 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 Okay. 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 Vielen Dank. Ah, passt. Ah, ich glaube, er wird es hier. Ah, ich glaube, er wird es hier. In dem Fall ist er. Oh, wir haben er. Wie viel fehlt für den noch? Noch neun. Oh, okay. Aber wir haben ja auch lebt, wenn ich was weiß. Wenn ich ihm ausweichen würde. Oh, ich glaube, wir haben ja auch lebt. Ich glaube, wir haben ja auch lebt. Zum Beispiel, na, löschte einfach nur hier direkt 1 zu 1 raus, wenn ich es hab. Oh, bei vielen Games brauchst du es gar nicht. Man, hier bin ich jetzt auch schon überlegen gewesen, ob ich es da vielleicht jetzt hier wieder wach, gerade in dem ganzen Level gedönsel. Ähm. Aber streng genommen brauchst er ja auch nicht. Wenn ich es ja weiß, dass ich bei 300 die Waffen switchen muss, soll ich jetzt hier mit Kirito. Na. Ähm. Dann wechsle ich halt. Auf ne andere Klasse. Zum die hoch switchen. So. Und der Rest brauchst eh fast maximal Level von dem her. Ist eigentlich wurscht. Ah, der vaßt. Derlovied. Der wird sicher, dass ich jetzt hier verstrich habe. Der gonna unos nicht. Der. 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 Der! Der. x x x x x x x x x Gut, aber nächstes Mal weiß ich das hier ja auch, wenn der Quest mal geil wieder da sein sollte. Da muss ich ja nach der Seite vielleicht gucken. Mensch! Ich mag keine Gegner hier, die... Ja, ich war jetzt voll out. Ah, guck mal her. Aber die Trophy jetzt schon, die haben sie noch lange nicht durch. War nicht da. Na, Robin. Oh, sind wir eigentlich schon geklatscht hier? Ja. Na toll, mein Mädchen dauernd. Oh, das war's. äh 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 schrecklich ok fertig nix wirk er da äh ja was tut da los na Robin und wie schaut's aus mit deinem Lieblings Kieran heheheh sorry das kann man nicht vergleichen heheheh äh ah na gut das halbe stimmt hier noch hm 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 So. So, let's see what's nice. Was? Ne. No way. Good, yeah. Das sind wir ja momentan nicht. So. 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 Sie ist auch hübsch sachter. Ja. Auch noch was rumlaufen, na dann. Äh. Ah Tom. ja das ist auch wieder was wenn du die schwächste Magiepunkte ist, dann nimmst du ja gleich mit, dass du die paar Level hochziehst dass du ja zumindest die 2000 Magiepunkte hätte äh ja weil sonst, ja, Spaß wenn ich es am Endgame noch ein bisschen grind wenn du das ganze dann nicht mehr bräuchtest weil von den Charts hier in dem Spiel da ist eh keiner schlecht ja da ist eigentlich wurscht prinzipiell was du mitnimmst gibt da, ich sag, noch eine Männerrunde, Trophy wo du ja nur mit drei Männern eine Quest machen musst ja, Männerabend heißt die Trophy oder sowas die mach ich dann mitn sonst als wenn es nur noch Grind anstehen sollte und ich sonst in dem Stream, sag ich mal, sonst keine Trophy krieg na scheiße, was ist das Geld äh äh Oh, ja. Ach lol, guck mal rein mit mir Mini-Chest, haha, Arx-Souls, haha. Hahaha. Na? Ja, auf Deutsch, sonst verstehst du nix. Hahaha. Also zumindest deutsche Untertitel sollten dabei sein, weil sonst wird's blöd. Na die ganze Zeit immer auf Untertitel gucken, finde ich auch immer bescheuert. Weil, da kriegst du also nicht eins zu eins alles mit, was auf Bildern passiert. Naja, schwierig. Ja, sie guckt sowas immer auf Deutsch. Hä? Ja? 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 Oh, das waren Scheider. Habe ich den hier gesehen. Oh, da war ich ein Scheider. Habe ich den hier gesehen? Ah, toll. Das war's für mich. Ach ne. Diese scheiß Fliegeviecher. Level 220 g'simma jetz. Es wird ja nicht gehen. Na klar. Hä? Echt? Okay. Wow. Wir haben mich dann da eingebettet. Ja okay. Klar. Ich hab's aufgeregt gegeben. Ich war so ganz damals. Aber auch schon ein paar Jahre her. Da hab ich irgendein Admin oder Moderator oder sowas von denen angeschrieben. Ob sie dann hier mal das Video verwenden darf. Kann gerade das gewesen sein. Weiß ich nicht. Ähm. Dann schrieben ja generell alle meine. Kann man einbetten. Habe ich spontan kein Problem mit. So klar. Weil ihr seid ein dummen. Wenn schon. Na. Weil. mehr Reichweite. Automatisch. Hm. Das könnte es gewesen sein. Könnte. Oh. Ein Ring. Nice. Oh. Oh. Lou Ot Shay. Either way. He downids. Ah ok. Nee. vantaged. Das war's für mich. Ich muss im Level hier. So, auf sich. Ich bin ein Wunder. Ein Schlüssel. Oh yeah, wo ist er da nicht, ne? Wie mir scheint, rechts. Oh, was machen wir? Ich weiß nicht, wo das Problem dann soll, weil Zombie-Ambi 4 hat 4 vor 10, ne? Das ist ja Pille-Palle aus dem Korb. Das ist ja ein Witz. Na? Okay. Plakasse. Oh, da liegt es in dem hier. Oh, nein. Da steht nichts dran. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Okay. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Das wird gerne sein. Kannst du mal machen. Schneller ist immer gut. Na, willst du einfach zu, du musst sie doch dahinten langen. Verzeihung kannst du ja immer die Buff entfernen. Jetzt zu. Achso, ach, das war dann da. Ja, dann geht der Cola. Der ist ja immer gut. Naja, da ist es auch gut. So, sieht gerade aus. Einen Schwert. Achso, das ist wahrscheinlich am Anfang da jetzt. Ja. 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 Wächterschlüssel. So, wieder retour. Hier ist aber schnell Respawn, ja. 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 Das war's für heute. Ja, guter Fisch, ne, bis morgen. Ja, ne, guten Morgen, wenn du willst. Ja, dir auch, ne. Großes Läusch schonmal, aber schon sehen wir noch mal. Also hier, guten Rutsch, so rum. Jo. Ah ja. Ausdruckst du mal wieder weiter. Oh, morgen klar ist nix. Also wir sind doch schonmal im Bein, Mike. Ne, mal hinten. Ah. Ausdruckst du mal wieder. Das war's für heute. 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 Oh, hush. Das war's für heute. 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 Das will wieder an der Stelle gut sein. mouthful. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Dann nächstes Jahr auf jeden Fall. Jetzt hier, zweiter. Dann hins merken, zweiterивет. Jetzt waren's ja. So. Wir hamel Brustlach, einmal Silber. Von bzw. Es ist nicht wieder alles zu mir auf Darker Lines. Mit dem Herbert, mit dem migrateen. Vision dort es wieder der FYE. Dann mussten wir das vier RohrkartBIKK fanschen,nisse umsetzen und dann, schauen wir mal Ja, soll ich mal, danke für's Zuschauen, was Sword Art Online betrifft. Und da, ja, sehen wir uns ja gleich wieder hier. Ja, nächstes Jahr. Das klingt immer voll bescheuert eigentlich, da bis nächstes Jahr. Aber, ja, ist halt so, ne? Ja, ich mache kurz den Stream aus, switche alles um auf Dark Alliance und dann haben wir da rein. So, von dem her, sag ich mal, hier ist es heute. Danke für's Zuschauen, beziehungsweise halt. Bis gleich.